Moin Leute und Willkommen zu dem Kanat Trailer. Geil. In diesem Trailer erzähle ich euch über den Kanal. Weil es ein Trailer ist. Ja. Ja, was euch auf diesem Kanal erwartet, ist es sehr viel, sehr, sehr viel Müll. Euch erwarten sehr viele dumme Situationen in Minecraft, wo mein Server einfach abschmiert und dann musst du richtig zack 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 zack, bettolt ihn wieder rein und ruft mal ab. In GTA 4 Glitches möchtest du die ganze Gegenschießen? Ihhihihihihoho. Alter. Oder, noch in viel älteren Spielen. By the way, könnt ihr mir, wenn ihr irgendwelche Spiele, die ihr sehen wollt, dass ich sie spiele, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare, dann hole ich sie mir und zock sie dann vielleicht sogar mit euch, wenn es online geht. Ja, und das ist so viele komische Situationen wie ich und so. Also ich habe einen Dachschaden, das habe ich noch nicht erzählt, aber das ist auch egal. Also bei mir passen sehr komische Dinge, aber toll. Ja. Äh, ich, by the way, bin entweder übelst komisch. Bisschen genervt. Aber sonst eigentlich in jeder Situation ausnahmslos komplett albert. Ich fuzzle so viel Scheiße und das ist einfach komisch. Ja. Willkommen auf dem Kanal. Ja. Peace out. verabschiedet. Dann los. In 끝. Oh. 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 Vielen Dank.